Herr Bundesminister Jens Spahn, MDB, ist direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Borken und Mitglied des CDU-Präsidiums. Aus diesen unterschiedlichen Funktionen ergeben sich jeweils Terminverpflichtungen. Naturgemäß werden deshalb Termine nicht nur in der Funktion als Bundesminister wahrgenommen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Dann wiederhole ich noch mal auch in der Ausgangsfrage die eigentliche Fragestellung. Auf welchen Umständen beruht die Einordnung, dass Herr Spahn es ja als privat markiert hatte, meines Wissens nicht als Präsidiumsmitglied oder wie auch immer, und meines Wissens, genau, er ist eben in Borken, also in NRW, direkt gewählter Abgeordneter, und nicht in Leipzig, wo das Gespräch stattfand. Also dann muss er sich schon jetzt raussuchen, auf was beruft er sich dann genau als Abgeordneter. Mit der Entfernung sehe ich da jetzt keinen Zusammenhang. Und ist es nicht, also wie soll das widerlegt werden, die Vermutung, dass dieses Dutzend hochrangiger Gäste, die auch Geld gespendet haben, dass die zu einem Abgeordneten gekommen sein sollen und nicht vielmehr zu einem Minister. Das ist ja eine ganz andere Kategorie. Ich habe ja erwähnt, dass Jens Spahn mehrere CDU-Funktionen hat. Ich habe dir auch einige davon genannt. Und wenn Sie danach fragen, wie kommt man zu einer Einschätzung, ob jetzt ein Termin als Ministertermin zu sehen ist oder als Parteitermin oder privater Termin, dann gibt es dafür sicherlich verschiedene Kriterien und sicherlich ist ein ganz wichtiges die Art der Einladung und an wen diese Einladung zunächst einmal adressiert wird oder in dem Fall adressiert worden ist. Und ich kann Ihnen konkret zu diesem Fall sagen, dass die Einladung zu diesem Essen nicht über das Bundesministerium gelaufen ist. Also das BMG war nicht Adressat dieser Einladung. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Also Sie meinen, die Einladung wurde nicht verschickt vom Ministerium. So rum meinen Sie das? Dann noch die Nachfrage. Wurden die Spenden, die ja zwei Euro unter dieser meldepflichtigen Summe abgegeben wurden, hat sich Herr Spahn dafür eingesetzt, dass die von seinem Kreisverband, war das wohl, zurückgezahlt werden? Und bitte nicht als Antwort, Sie müssen nicht zurückgezahlt werden. Wurde hier auf Kulanz hingewirkt, dass Sie zurückgezahlt werden? Ich habe ja vorhin gesagt, das BMG war nicht der Adressat. Ich habe nicht von Absender gesprochen, sondern Adressat. BMG war nicht Adressat dieser Einladung. Insofern war es kein ministerieller Termin. Und insofern kann ich auch zu diesen Fragen im Zusammenhang mit den Spenden nichts sagen, weil ich hier nicht der richtige Ansprechpartner bin. Ich habe noch zwei Meldungen zu Nachfragen. Die erste Nachfrage stellt der Abgeordnete Brandner. Ich verstehe Ihre Aussage, das Ministerium sei nicht Adressat der Einladung gewesen. Überhaupt nicht. Für mich ist Adressat derjenige, der eine Einladung erhält. Eigentlich dürfte für uns unstreitig sein, dass natürlich das Ministerium keine Einladung von Herrn Spahn erhalten hat. Warum sollte Herr Spahn auch sein eigenes Ministerium einladen? Uns geht es ja darum, wer wurde zu dieser Veranstaltung eingeladen? Also wer war der Adressat der Einladung? Deshalb nochmal die Frage, wer hat eingeladen und wer wurde als Adressat dieser Einladung eingeladen? Und wie kam man auf diese 9.999 Euro, ich nenne es mal Eintritt oder Spende oder Entgelt für die Speisen, die da gereicht wurden? Wie kam man auf diesen Betrag? Um es noch einmal zu sagen, die Einladung ging nicht an den Minister Jens Spahn, Adressat BMG. Das ist das, was ich gesagt habe. Insofern kann ich zu diesen Spendenfragen, ich bin hier Vertreter der Regierung, in dieser Funktion von dieser Stelle aus nichts sagen. Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Keuter. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch hier muss ich nochmal nachfragen, Herr Staatssekretär. Wie beurteilen Sie die Vorbildfunktion der Bundesregierung und der Mitglieder dieses Hohen Hauses? Der Herr Spahn ist ja auch Abgeordneter dieses Hauses gegenüber der deutschen Bevölkerung. Uns wird verkauft oder der Bevölkerung, man sollte Abstand halten, man sollte Social Distancing betreiben, man sollte sich nicht mit Freunden treffen. Es gibt Beschränkungen, die sich auf bestimmte Haushalte beziehen. Und wenn nun ein Bundesminister, das ist ja keine unbedeutende Person, im Moment der Pandemie, eine der wichtigsten Personen, sollte man meinen, in diesem Lande, wie beurteilen Sie dann, wenn eine solche Vorbildfunktion sich mit potenziellen Spendern trifft und hier eine Spendengala veranstaltet? Und in diesem Zusammenhang, wie beurteilen Sie es, wenn andere Mitglieder dieses Hohen Hauses während eines Lockdowns, den wir ja haben, Auslandsreisen betreiben, in die Karibik oder sonst wohin? Können Sie das nachvollziehen? Wie beurteilen Sie das? Ich glaube, jeder von uns muss sich jeden Tag aufs Neue hinterfragen, inwieweit das eigene Verhalten vorbildlich oder weniger vorbildlich ist. Das ist doch gar keine Frage. Aber was eben auch in dem Zusammenhang einmal gesagt werden muss, die Corona-Regeln, die zum damaligen Zeitpunkt an dem betreffenden Ort gegolten haben, wurden eingehalten.